Herzlich willkommen bei den Energiespar-Live-Hacks der Salzburg AG. Heute sehen wir uns die Fensterdichtung etwas genauer an. Besonders jetzt in der kalten Jahreszeit sollte man darauf achten, dass die Fenster ordentlich schließen. Ähnlich wie bei dem Blatttest beim Kühlschrank sollte man schauen, ob die Dichtungen noch ausreichend intakt sind. Einfach ein Blatt Papier zwischen Fensterstock und Fensterklemmen und daran ziehen. Je schwieriger das ist, desto besser die Dichtung. Dasselbe können Sie natürlich auch bei der Haustüre probieren. Sollten Sie Ihre Fensterdichtungen wechseln wollen, hilft Ihnen der Klimabonus und fördert diese Maßnahme.